So, ich bin Bubble Boy geworden. Wir waren 10 Leute. Neue Rekords. Und jetzt geht's hier all in. Noch 1, 2, 3. Top 3. Sie sind schon im Geld. Und jetzt die Karten. Nice! Halt! Die wird auf. Wow! Der Fall. Keine Damen. Keine Damen. Keine Damen. Keine Damen. Keine Damen. Keine Damen. Yes! Ich kann nichts machen. Ich bin Bubble Boy geworden. Zwangsverlangen. Und er war ziemlich 10. Und wir haben das erste Game. Und ziemlich lange. Wir sind bei... Wir haben 10 Leute gehabt. Starting Stack 3, 6. Und sind jetzt bei 700.400 bleiben. Neuer Rekord. Aber wir waren noch 10 Leute. Und... Ja, das war's erstmal. Jetzt spielen wir gleich noch ein zweites Game. Hoffe ich doch. Wenn die hier das Geld... Der erste kriegt... Der dritte kriegt 10 Euro Spielgeld. Der andere 15. Und der erste kriegt 25. Und ich hab eben gebuttelt. Aber vielleicht im zweiten Game kann ich was reißen. Und... Scheiß. Es ging einfach nix. Und... Ja, bis dann.